...Achtung Platz für den Teilnehmer mit der Strafnummer 61, Armin Eierlund. Und der unglankbare siebte Platz, das ist aber leider so, wie wir auch immer unglankbar sein, für den Teilnehmer mit der Strafnummer 60, Tim Becker. Und wir sind bei Teilnehmer, wo verabschieden wir jetzt in dieser Forschung der Bedeutung. Auf Wiedersehen. So, im Finale verbleiben nämlich der Strafnummer 53 fürs Maske den Münster, Leopold Zöhe, Rolf Tiggering. So, im Finale aus Wittgenstreich fürs Strafnummer 56, Marco Käseberg. So, im Finale aus Wittgenstreich fürs Strafnummer 56, Marco Käseberg. So, im Finale aus Wittgenstreich fürs Strafnummer 57, Eichhard Lüthi. Zielzüge. Ebenfalls im Finale, jedenfalls aus Wittgenstreichs für das Wittgenstreichs für Strafnummer 58, Und ebenfalls im Finale für das Bauerhaus Rüttis Kurias Baden-Württemberg, der Stadt Nummer 62, Markus Stöckner. Eine halbe Drehung zu Rüttemberg, bitte. Eine halbe Drehung von Rönnanzig. Doch ein Drehung von Rönnanzig. Rüttemberg, bitte. Das war die Großmose, bitte. Röttemberg, bitte. Röttemberg, bitte. Haben Sie es, Daini? Röttemberg! Röttemberg! Ein bisschen gefordert, wenn ich das nicht. Röttemberg, bitte. Das war die Drehung des Kurzes. Vielen Dank. Vielen Dank.